Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute geht es um die Dreiecke und zwar zeige ich euch, wie man Dreiecke konstruiert. Wir starten mit SSS oder Strecke, Strecke, Strecke. Unsere Beispielaufgabe hat klein a gleich 5 cm, klein b gleich 4 cm und c gleich 6 cm. Es ist beliebig, womit wir beginnen. Ich beginne mit c. So, 6 cm. Bitte lasst euch nicht von meinen Kästchen irritieren, ich habe größere Kästchen fürs Video. So, das ist klein c und klein c befindet sich zwischen den Punkten a und b. Nun möchte ich die Strecke a zeichnen. Ich weiß, dass die Strecke klein a zwischen den Buchstaben b und irgendwo hier wird c liegen sein. Also nehme ich den Zirkel und stelle ihn auf 5 cm ein. Die Nadel in die 0, den Bleistift einstellen, 5, in b einstechen und einen Kreis schlagen. Nun das Ganze mit klein b, also der Strecke zwischen dem Punkt a und dem Punkt c. Wieder die Nadel auf die 0, den Zirkel diesmal auf 4 cm. Jetzt verbinde ich den Punkt a und verbinden. Nun habe ich den Punkt c gefunden. Jetzt verbinde ich das Ganze noch. Das ist dann die Strecke klein a. Und hier ist die Strecke klein b. Das war es zu Strecke, Strecke, Strecke. So, wir wollen zusammen ein Dreieck konstruieren und diesmal haben wir die Angaben klein c, 4,5 cm, a, 5 cm, also klein a und beta 60 Grad. So, wir fangen an mit c, klein c, 4,5 cm und schön sauber einmal zeichnen. So, gleich beschriften. Das ist klein c und klein c hat immer die Punkte a und b. Kennt ihr? Als nächstes sollen wir klein a mit 5 cm einzeichnen. Klein a ist hier, können wir aber nicht. Uns fehlt irgendwie eine Angabe. Also gucken wir uns das nächste an. Beta hat 60 Grad. Das können wir. Beta ist der Winkel im Punkt b. Also das Geodreieck mit der 0 in den Punkt b. Schön auf die Linie und 60 Grad einzeichnen. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Da machen wir einen Punkt und den Punkt verbinden wir jetzt mit dem Punkt a. So, egal wie lang. Wunderbar. Und irgendwo auf dieser Linie befindet sich jetzt der Punkt c. Und jetzt können wir mit dieser Angabe was anfangen. Die Strecke klein a ist nämlich nur 5 cm lang. Das heißt von b zu c. Weil das hier ja klein a ist. Und das können wir jetzt einfach ausmessen. Die 0 in den Punkt b. Und da sind die 5 cm. Und da ist dann auch der Punkt c. Und jetzt müssen wir den Punkt c nur noch mit dem Punkt a verbinden. Und schon ist unser Dreieck fertig konstruiert. Diese Entfernung hier, also diese Strecke, die kann man auch mit dem Winkel messen. Das ist überhaupt kein Problem. Wir sind aber noch nicht ganz fertig. Wir müssen jetzt noch eben alles beschriften. Gegenüber von b ist die Strecke klein b. Und hier ist der Winkel Alpha. Hier ist der Winkel Gamma. Und hier ist der Winkel Beta. So, und jetzt haben wir das Dreieck konstruiert. Und zwar mit s, w, s. Wir haben zuerst die Strecke genommen. Dann ein Winkel. Und dann wieder eine Strecke. Okay, das war's. So, auf geht's. Wir haben drei Angaben. Klein c, 5 cm. Alpha 50 Grad. Beta 60 Grad. Da wir mit Winkel nicht anfangen können, müssen wir als erstes eine Strecke zeichnen. Und das machen wir jetzt. Die Strecke ist 5 cm. Ich zeichne die ein. Wundert euch nicht, meine Kästchen sind ein bisschen anders. Das macht aber nichts. Dann ist hier der Punkt a. Hier ist der Punkt b. Und das ist die Strecke klein c. Jetzt kann man das abhaken, weil wir das fertig haben. Jetzt geht's weiter. Der Winkel Alpha. Alpha ist, ihr wisst es selber, Punkt a. Also die 0 in den Punkt legen. Darauf achten, dass das Lineal sauber auf der Strecke liegt. Und jetzt 50 Grad. 10, 20, 30, 40, 50. Und einen langen Strich durch den Punkt. Schön ordentlich. Dann haben wir das auch fertig. Jetzt kommt der Winkel Beta. Der ist im Punkt b. Klar. Also die 0 wieder auf den Punkt b legen. So. Darauf achten, dass das Lineal ordentlich liegt. So. Und jetzt 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Da ist es Punkt machen und das Ganze ordentlich und sauber verbinden. Wunderbar. Jetzt haben wir einen Schnittpunkt und der Schnittpunkt ist der Punkt c. Wir beschriften noch kurz. Hier ist die Strecke a. Hier ist die Strecke b. Hier ist Alpha. Hier ist Beta. Und hier ist Gamma. Und schon sind wir fertig. Und was haben wir gehabt? Wir haben eine Strecke, einen Winkel und einen Winkel gehabt. Okay. Das war's. Auf geht's. Wir sollen ein Dreieck konstruieren. Und wir haben drei Angaben. Eine Strecke. c gleich 5 cm. Noch eine Strecke. a gleich 6 cm. Und den Winkel Alpha mit 60 Grad. Und wir fangen oben an. Als erstes zeichnen wir c mit 5 cm. So. 5 cm. Dann beschriften wir das. Das hier ist klein c. Und klein c hat die Punkte a und b. So. Jetzt kennen wir den Winkel Alpha. Der hat 60 Grad. Wir wissen aber nicht, wie lang die Strecke b ist. Trotzdem zeichnen wir erst mal den Winkel ein. So. Schön ordentlich anlegen. Den Nullpunkt sauber auf die Linie legen. 60 Grad. So. Und da ziehen wir jetzt mal einen Strich. Wir wissen aber noch nicht, wie lang es ist. Das müssen wir uns gleich genau angucken. Gut. Aber irgendwie auf dieser Linie wird der Punkt c liegen. So. Das heißt, wir haben jetzt das fertig. Und wir haben das fertig. Und jetzt bleibt über die Strecke klein a. Also die, die hier liegt. Die ist 6 cm lang. Tja. Und das müssen wir mit einem Zirkel machen. Das heißt, wir nehmen unser Geodreieck, wir nehmen den Zirkel, stellen den ordentlich auf 6 cm ein. So. Dann stecken wir den Zirkel in den Punkt b. Und da ergibt sich der Schnittpunkt. Weil nur so können wir ja die Strecke klein a herausfinden. Dann den Schnittpunkt mit Punkt b verbinden. So. Und jetzt haben wir klein c gefunden. Also hier ist groß c. Hier ist klein a gegenüber vom Punkt. Hier ist klein b. Hier ist Alpha. Hier ist Beta. Und hier ist Gamma. So. Und jetzt wisst ihr, wie man vorgehen muss, wenn man zwei Strecken und einen Winkel hat. Okay. Das war's. Okay. Das war's.